Hallo, ich bin Tommy und lese gerne die Lustigen Taschenbücher. Heute möchte ich euch erzählen, was mir in Band 505 aufgefallen ist. Das beginnt mit einem Schreibfehler. Ich lese das Lustige Taschenbuch, seit ich sieben Jahre alt bin. Ein beträchtlicher Teil meines Wortschatzes stammt aus dem LTB. Euch geht es vielleicht nicht anders. Deswegen ärgert es mich besonders, wenn die jungen Leserinnen und Leser wegen eines Schreibfehlers im Lustigen Taschenbuch etwas Falsches lernen. Und zwar wurde auf Seite 65 in flagranti falsch geschrieben. Es ist nicht ein Wort, sondern es sind zwei Worte in und flagranti. Das kommt aus dem Latein und bedeutet auf frischer Tat ertappt. Richtig geschrieben findet ihr es zum Beispiel in LTB 112. Das sieht ein wenig ramponiert aus, weil ich es als Kind auf dem Flohmarkt gekauft hatte. Hier hat Goofy mit einem speziellen Fotoapparat Freddy Fuchs in flagranti bei einem Einbruch fotografiert. Und hier hält das Lustige Taschenbuch auch gleich die Erklärung dafür bereit. Goofy erklärt nämlich einem Fotografen eine Seite weiter hinten, dass er ihn auf frischer Tat geknipst hat. So wurde das noch richtig gemacht. Ist euch die schwarz-weiße Seite aufgefallen? Damals war beim Lustigen Taschenbuch erst jede zweite Doppelseite farbig. Erst seit Band 119 ist jede Seite bunt. Schon in den letzten Bänden habe ich mich über die wissenschaftlichen Themen gefreut. In der Geschichte Planet Fieselschweif treffen Tick, Trick und Truck auf Emmy, die mit ihrem Tablet bei der Suche nach neuen Planeten hilft. Ein gutes Auge entdeckt auf dem Bildschirm Details, die selbst ein Computer übersieht, sagt Emmy. Das kann natürlich keinesfalls so funktionieren. Nur Sterne leuchten, die Planeten sind dunkel. Es ist also nicht möglich, ein Planeten zu sehen. Neue Planeten bei weit entfernten Sternen werden entweder gefunden, wenn der Stern kurz weniger stark leuchtet, während der Planet vorne vorbeischwebt, oder wenn er sehr schwer ist und die Anziehungskraft die Flugbahn des Sterns beeinflusst. Aber es gibt tatsächlich Computerprogramme, bei denen Freiwillige die Rechenkapazität ihres Computers zur Verfügung stellen, um bei der Auswertung von Daten zu helfen. Das gibt es zum Beispiel bei CETI at Home der Suche nach ausserirdischen Signalen. Dabei werden Radiowellen untersucht. Das Programm arbeitet als Bildschirmschoner immer dann, wenn der Computer gerade nicht benötigt wird. Das Programm Planet Quest will mit einem ähnlichen Computerprogramm die Daten von Teleskopen auswerten. Noch fehlt aber die Finanzierung. Die Europäische Weltraumorganisation ESA plant das Projekt PLATO, bei dem wird eine Raumsonde mit 34 Teleskopen die Sterne beobachten. Die Auswertung erfolgt am Max-Planck-Institut in Deutschland. Ob dabei auch Freiwillige mithelfen können, steht zurzeit noch nicht fest. In dieser Geschichte ist mir auch der Name des Bösewichts Sirius aufgefallen und seine Autonummer, Apollo. Sirius ist der Name des hellsten Sterns am Nachthimmel. Er befindet sich in der Nähe des Sternbilds Orion und ist daher nur im Winter zu sehen. Sirius ist ein Doppelsternsystem, besteht also aus zwei Sternen, Sirius A und Sirius B, die umeinander kreisen. Ihre Umlaufbewegung ist etwas unregelmässig. Mit grösser Wahrscheinlichkeit gibt es dort also entweder einen sehr kleinen Stern oder einen grossen Planeten, der noch nicht entdeckt wurde. Apollo bezieht sich auf ein Raumfahrtprojekt der NASA. Im Rahmen des Apollo-Projekts wurden erstmals Menschen auf den Mond geschickt. Ich glaube, man merkt, dass ich mich sehr für Astronomie interessiere. In der Geschichte Geheimnisse in der Tiefe kauft Dagobert eine teure Ausrüstung für Forschungs- und Bergungsarbeiten unter Wasser. Das passt so gar nicht zum alten Geizkragen. Bei dieser Geschichte musste ich gleich an die Bergung der Gigantik in LTB 127 denken. Dort will Dagobert ein gesunkenes Kreuzfahrtschiff bergen, um es wieder in Betrieb zu nehmen. Donald und Dussel müssen die Teile für die Ausrüstung aber vom Schrottplatz holen. Und sie suchen nach Seeminen, um daraus U-Boote zu bauen. Okay, zugegeben. Schlussendlich war das ein Ablenkungsmanöver für Klaas Clever. Und Dagobert hat wirklich eine teure Bergungsausrüstung gekauft. Aber das im Zusammenhang mit einem konkreten Bergungsprojekt, das grosse Gewinne versprach. In dieser Geschichte gibt es aber noch viel mehr Komisches. Donald und die Kinder tauchen mit ihrem U-Boot sehr tief bis zum Meeresboden und dann noch tiefer in einen Tiefseegraben. Dann steigt Donald aber einfach mit einem Neoprenanzug mit Taucherbrille und Sauerstoffflasche aus. Das geht nicht. Selbst mit einem gepanzerten Taucheranzug kann ein Mensch nicht so tief tauchen. Dann treffen Donald und die Kinder auf das Fischvolk und können ganz normal mit ihnen sprechen. Das geht natürlich auch nicht. In LTB 278 wurde genau dieses Problem sogar einmal angesprochen. Wie ist es möglich, dass ihr mich versteht? fragt er Daniel Düsentrieb. Und der Unterwasserbewohner erklärt, dass sie sich mit Gedankenübertragung verständigen. Dann baut Mama Fisch etwas, das wie eine elektrische Maschine aussieht. Keine Ahnung, wie das möglich sein soll, denn Elektrizität und Wasser vertragen sich bekanntlich nicht. Das endet meist in einem Kurzschluss. Die kleinen Fische in der Kita zerstören die Korallen. Der König des Fischvolks trägt ein Fischernetz mit Schwimmern als Umhang. Und der König der Oktopanten einen Schwimmring. Beides schwimmt auf dem Wasser und würde natürlich zurück auf die Wasseroberfläche schwimmen. Schlussendlich hat die Geschichte dann aber doch eine positive Botschaft. Statt Mauern zu bauen, sollten wir besser lernen, in Frieden miteinander zu leben. Das sollte sich auch ein gewisser amerikanischer Präsident zu Herzen nehmen, der gerne Mauern bauen möchte. Dann folgt eine Geschichte, in der sich Guaptiste verliebt. Aber seine Herzensdame findet die abweissenden Schilder rund um den Geldspeicher schrecklich. Dabei denkt Dagobert an all diejenigen, die er mit seinen Schildern eigentlich nicht verscheuchen will. Zum Beispiel den jungen Donald. Oma Duck oder Nelly. Und da wäre ich wirklich fast vom Stuhl gefallen. Denn Nelly ist in den lustigen Taschenbüchern noch nie aufgetaucht. Es handelt sich dabei um eine Person aus Dagoberts Goldgräberzeiten, aus denen allgemein nicht viel bekannt ist. Ausser, dass er am Fluss Klondike in Yukon nach Gold schürfte. Das ist eine Gegend im Westen Kanadas, die an Alaska grenzt. Wenigstens ein paar Details haben wir in LTP 162 erhalten, in dem ein Filmteam die Abenteuer des jungen Dagobert nachstellt. Sie reisen dabei nach Yukon und treffen dort auf einen alten Freund von Dagobert, der einen Säcklein Goldnuggets für ihn an einem sicheren Ort aufbewahrt hat. Das ist sicher die Bank von Dawson, meint Dagobert. Dawson ist eine kleine Goldgräberstadt und der Ort, an dem er Nelly kennenlernt. Sie ist dort Sängerin und Bardame in einem Saloon namens Blackjack und wird wegen ihrer Ausstrahlung auch der Stern des Nordens genannt. Der Disney-Zeichner Don Rosa hat Nelly für die Dagobert-Biografie Sein Leben, seine Milliarden erschaffen. Hier tritt sie zum ersten Mal in Erscheinung und ist von Anfang an von Dagobert beeindruckt. Später versucht sie dann, sein Goldnugget zu klauen. Zur Strafe nimmt er sie mit zu seinem Claim, um ihr zu zeigen, wie hart man für sein Gold arbeiten muss und dass es sich nicht gehört, es einfach anderen Leuten zu klauen. Dort verlieben sie sich ineinander, auch wenn es beide nicht zugeben wollen. Aber er bewahrt eine Haarlocke von ihr als seinen wertvollsten Besitz auf. Die hatte Nelly verloren, als Dagobert sie vor einem Bären gerettet hat. Interessant ist das Ganze auch, weil es sich bei der Dagobert-Biografie um amerikanische Geschichten handelt, während wir im Lustigen Taschenbuch italienische Geschichten lesen. Die unterscheiden sich in mehreren Punkten voneinander. Während bei uns Enten und Mäuse in Entenhausen leben, wohnen sie bei den Amerikanern in separaten Städten, Duckburg und Mausten. Auch die Verwandtschaftsverhältnisse sind anders. Während bei uns Oma Duck Dagoberts Schwester ist, sind bei den Amerikanern die beiden nicht einmal miteinander verwandt. Es ist also eine riesige Überraschung, dass die italienische Geschichte einen Verweis auf die amerikanische Biografie macht. Tschüss und danke fürs Zuschauen! Besuche meine Webseite tommy.ch, abonniere meinen Kanal oder klicke hier, um ein anderes LTB-Video von mir aufzurufen. Hat dir dieses Video gefallen? Dann freue ich mich über Daumen hoch! Danke!